Es gibt ja im Automobilbereich, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, kaum ein anderes Auto, das so ein Synonym für Luxus und Komfort ist wie die Mercedes S-Klasse. Und das hat auch seinen Grund, vor allem in den Vorgängern. Wenn wir uns gerade diesen hier anschauen, Mercedes S-Klasse, W116, die erste S-Klasse, die so hieß, 1972 gestartet. Es gibt auch andere, die ich kenne, die 1972 auf die Welt kamen. Und das ist halt wirklich ein legendäres Auto, vor allem in dieser Ausführung. Der ist von 1980, hat 286 PS und vor allem den V8-Motor mit 6,9 Liter Hubraum. Absolut legendär. Über das Auto könnte man viel erzählen, wahrscheinlich mache ich es auch irgendwann in meinem Video. Aber mein Thema heute ist ja die neue S-Klasse, W223. Und dabei vor allem, was ist an der neuen S-Klasse innovativ. Das will ich heute klären. Und ihr wisst ja, das wird gut und heute auch sehr luxuriös. Es gibt ja ein Feature der neuen S-Klasse, das schon viel diskutiert ist, nämlich das neue Lenksystem. Und bevor ihr euch jetzt auch noch fragt, wieso diese S-Klasse, die wir heute vorstellen, noch so verklebt ist mit diesen psychedelischen Aufklebern, das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist noch ein Prototyp. Das Auto ist zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt gerade gemacht worden ist, noch nicht offiziell komplett vorgestellt worden. Es kann sein, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt schon vorgestellt worden ist, wenn ihr es jetzt gerade seht, aber jetzt noch nicht. Das heißt, ich fahre da jetzt heute noch einen Prototypen mit. Selbst fahren darf ich noch nicht, ich darf aber hinten drin sitzen. Dazu später. Jetzt gucken wir erst mal nach dem Lenksystem. Was ist denn da passiert? Die S-Klasse hat eine Hinterradlenkung bekommen, was grundsätzlich noch nichts Neues ist. Aber wir gucken mal hier hinten aufs Hinterrad und einfach mal komplett einschlagen. Dann sieht man hier, wie sich das Hinterrad ziemlich heftig bewegt. Und normalerweise bei einer Hinterradlenkung sieht man das nicht. Die haben bisher bei den bisherigen Lenksystemen, ob es jetzt bei BMW, Renault oder ähnlichen waren, immer nur einen kleinen Lenkwinkel gemacht, so maximal drei Grad. Und das System hier macht bis zu zehn Grad. Aber egal wie. Das Entscheidende ist ja, was kann ich mit dem System anstellen? Ich kann mit der S-Klasse, obwohl sie 5,29 Meter groß ist, einen ziemlich kleinen Wendekreis fahren. Und ob das wirklich so ist, das probieren wir jetzt mal aus. Und ich fahre mit der alten S-Klasse hinterher. Und guck mal, was die so macht. Okay, das ist ein etwas größerer, das ist ein etwas größerer Wendekreis. Aber guck mal hier. Aber so schlecht macht das der alte S-Klasse. Jetzt ist die alte S-Klasse auch ein bisschen kürzer. Also man sieht ja, die alte S-Klasse macht das gar nicht mal so schlecht. Aber man muss mal vorne auf den Lenkrad oder auf den Rad einschlagen schauen. Und dann sieht man, dass die Räder sehr stark einschlagen können, weil die damals vergleichsweise sehr schmal waren. Das heutzutage sind ja Riesenschlappen. Und damit habe ich natürlich ein bisschen mehr Platz im Rathaus. Ich kurbel mir aber hier so einen richtigen Wolf am Lenkrad. Aber grundsätzlich macht das gar nicht mal so schlecht. Das ist ein bisschen Karussellfahren. Ich hoffe, mir wird nicht schlecht. Es gibt drei Dinge, an die man sofort denkt, wenn man über die Mercedes S-Klasse redet. Komfort, Komfort und Komfort. Und wo genießt man in diesem schwäbischen Luxus-Schlachtschiff den besten Komfort? Im Fond. Und jetzt brauche ich noch einen Fahrer. Und da habe ich mir einfach den besten ausgesucht, den man sich für die S-Klasse vorstellen kann. Nämlich den Chefentwickler der S-Klasse. Jürgen Weisinger, der sitzt jetzt hinter dem Steuer. Und den werde ich natürlich ordentlich löchern zu den Neuheiten und Innovationen in diesem Fahrzeug. Und jetzt freue ich mich erst mal auf einen der gemütlichsten mobilen Arbeitsplätze der Welt. Hinten rechts sitzt der Chef. Gar nicht mal so schlecht, die Vorstellung. So, und jetzt konzentriere ich mich mal ein bisschen hier auf den Popo-Komfort. Also zum einen die Sitze, muss ich nicht sagen, das ist eine typische Stärke der S-Klasse. Was ich sehr spannend finde, ist, dass das erste Stück der Sitze sehr komfortabel wirkt. Man sinkt so ein bisschen ein. Und dann geben sie aber genug Druck und Haltefunktion, auch gerade im unteren Rückenbereich, um einen eben auch auf längerer Fahrt angenehm ankommen zu lassen. Haben Sie supergut beschrieben. Wir haben, wenn wir einen Sitz entwickeln, was das Thema Komfort angeht, zwei Ziele. Das eine Ziel ist, Sie kommen in das Fahrzeug, Sie sitzen auf dem Sitz und möchten ein entsprechendes, wohltuendes Eintauchgefühl in den Sitz haben. Ansitzkomfort. Ansitzkomfort. Auf der anderen Seite möchten Sie aber, wenn Sie auf einer Langstrecke sind, brauchen Sie eine entsprechende Stabilität des Sitzes, dass er Ihnen eine Form vorgibt und Ihnen damit ein gutes Gefühl über eine längere Zeit gibt und die Haut nicht zu Verspannungen führt, was Sie letztendlich als Schmerz empfinden. Sondern das Ganze muss die richtige Elastizität haben, um praktisch dem Körper das Gefühl zu geben, er würde eine Fläche berühren, die er geradezu berühren möchte. Also es ist toll. Es ist völlig anstrengungsfrei. Liege ich hier in dem Sitz drin, habe trotzdem eine sehr, sehr gute Führung, auch hier unten im Lordosenbereich. Es gibt ja immer so eine Holzhammer-Lordose, die drehst du halt rein, dann bist du irgendwie nach vorne gedrückt. Aber das hier ist wirklich sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt. Und was mich gerade ein bisschen irritiert ist, ich habe noch keine Farbeanstöße großartig mitbekommen. Irgendwas macht die S-Klasse da Magisches, um die wegzubügeln. Die S-Klasse war bisher schon richtig gut, was Komfort anbetrifft. Ich habe aber das Gefühl, dass Mercedes in letzter Zeit nochmal einen draufgelegt hat und dass man speziell an das Ansprechverhalten, Reibung nochmal rangegangen ist. Was ist da optimiert worden? Bin ich da auf dem richtigen Weg oder wie sieht das aus? Sie sind genau auf dem richtigen Weg. Wenn Sie ein hervorragendes Fahrwerk, was die aktuelle S-Klasse hat, nochmal besser machen wollen, dann müssen Sie nochmal die Schwächen, die dieses System hat, genau analysieren und im Detail einzelne Themen verbessern. Und das fängt natürlich bei dem Thema Reibung an. Sie müssen aus den Achsen, aus Vorder- und Hinterachse, die entsprechende Reibung herausnehmen. Sie müssen das Ansprechverhalten so gut wie irgendwie möglich machen, damit Sie mit dem richtigen Dämpfmaß des Rad auch entsprechend beruhen können. Ja, im Idealfall habe ich ja theoretisch gar keine Reibung und habe damit alles auf Feder- und Dämpfereinheit, die frei agieren können und damit sehr feinfühlig. Was mir hier auffällt ist, ich sehe ja, dass da ab und zu ein paar Wellen in der Fahrbahn drin sind, aber sie kommen quasi gar nicht an. Auch kurze Stöße werden schön weich weggebügelt mit so einem minimalen Nachschwingen. Das ist ja normalerweise auf den Punkt abgestimmt. Gut, wir haben natürlich ein System an Bord mit der adaptiven Dämpfung, wo wir in der Lage sind, den Aufbau vom Rad sauber zu entkoppeln. Das heißt, wir können eine andere Aufbaudämpfung fahren, wie wir eine Raddämpfung fahren können. Und damit sind wir in der Lage, auf der einen Seite das Rad so zu beeinflussen, dass es über Querfugen entsprechend weich geht, und auf der anderen Seite den Aufbau aber so zu stabilisieren, dass hier keine zusätzlichen Nick- und Wannbewegungen entstehen. Ich bin immer noch hellauf begeistert vom Komfort. Also ich kann mich nicht erinnern, in einem komfortableren Auto in den letzten Jahren gereist zu sein. Das ist beeindruckend, auch wie leise er ist. Also mein Benchmark bei Mercedes war in letzter Zeit der EQC. Da ist, finde ich, nochmal sehr, sehr viel passiert. Da ist ja auch der Antrittsstang nochmal speziell entkoppelt worden, nochmal zusätzliche Dämmung. Aber das hier ist, ich kann hier auch ganz leise reden und werde trotzdem noch verstanden, finde ich schon toll. Ja, wir haben gerade auch, wenn Sie jetzt gerade mal auf das Thema ansprechen, Innenraumkommunikation. Wir haben mit sehr vielen Schäumen im Rohbau dafür gesorgt, dass wir auch die Dämmung im Innenraum deutlich erhöht haben. Und damit sind wir in der Lage, das Innenraumklangbild dieses Fahrzeuges so zu gestalten, dass unsere eigene Stimme sehr hell und klar ist. Und wir damit sehr wenig angestrengt reden müssen. Und ich glaube, das spürt man auch. Ich mag auch, wie entspannt Sie jetzt reden. Ja, und man kann auch, wenn Sie mit dem Auto 200 fahren, kann man sich unglaublich gut und klar ausdrücken. Ja, ist wirklich schön. Also definitiv. Ich spüre auch Ihre Stimme. Ich höre Sie wahnsinnig klar und deutlich. Ich meine, man muss ja immer die Extreme sehen. VW hat im VW-Bus, damit man sich überhaupt von vorne nach hinten verständigen konnte, mal eine Gegensprechanlage eingebaut, weil ansonsten keine Verständigung mehr möglich hier war. Und hier könnte ich jetzt flüstern und Sie würden mich trotzdem immer noch verstehen. Absolut. Und bevor ich jetzt tief in die Technik einsteige, erst mal eine kleine Anekdote. Nämlich der frühere Mercedes-Vorstandsvorsitzende, Dr. Dieter Zetscher, hat zum Thema ABC promoviert. Also nicht zum Alphabet, sondern zum Active Body Control Fahrwerk. Das war damals sein Baby. Er ist auch, so wie ich, grundsätzlich studierter Elektrotechniker und hat eben da den Grundstein gelegt. Und damit sind wir auch schon bei der neuen S-Klasse, denn da ist ja in der höchsten Ausbaustufe das E-Active Body Control Fahrwerk drin. Darüber habe ich schon mal ein ganzes Video gemacht im GLE. Jetzt fangen wir aber erst mal mit dem Basisfahrwerk hier an. Mit was haben wir es denn zu tun? Einzelradaufhängung. Ist klar, bei einer S-Klasse vorne ist es eine Vierlenkeraufhängung. Also an vier Lenkern ist mein Rad hier vorne geführt. Hinten sind es fünf Lenker, die mein Rad führen. Man hat auch den Aluminiumanteil. Hier nochmal erhöht aus einem ganz einfachen Grund, weil gerade in den Lenkern, die ja zur Hälfte zu den ungefederten oder besser gesagt ungedämpften Massen dazugehören, ist weniger Gewicht sehr effizient, wenn es um Komfort geht, weil ich dann eben auch eine geringere Masse habe, die ungefedert ist. Was hat man noch gemacht? Ja, bei der Mercedes S-Klasse ist standardmäßig natürlich ein Luftfahrwerk drin. Das ist ja auch drin. Damit garantiere ich vor allem mal eins, nämlich den Niveauausgleich, gerade, wenn ich das Auto belade, dass ich halt immer das gleiche Niveau und auch den gleichen Federweg habe. Und man hat sehr, sehr stark an der Reibung gearbeitet, der Komponenten. Denn ich kann noch so viel an Federn und Dämpfern abstimmen. Ich kann noch so viel an anderen Punkten machen, wenn ich einfach im System, in den Gelenken, in der Dämpfung, im Dämpfer zu viel Reibung habe, zu viel Losbrechmoment, bis sie dann irgendwann mal arbeiten, dann wird das Ganze nicht vernünftig ansprechen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich über so eine Fuge drüber fahre, dass das System sofort reagiert und nicht erst drüber fahren und dann stellt das System fest, oh, da war doch was und reagiert entweder gar nicht oder später. Und da hat man bei Mercedes nochmal sehr viel Arbeit reingesteckt, um das eben noch präziser vom Ansprechen zu machen. Ja, und dann kommt eben als höchste Ausbaustufe das sogenannte E-Active Body Control drauf, also E-ABC quasi, da wo Dieter Zetsche mal früher den Grundstein gelegt hat. Und damit kann ich noch mehr machen. Ich kann mir zum Beispiel hier vorne die Stabilisatoren sparen. Normalerweise habe ich es hier mit einer Einzelradaufhängung zu tun, um eben das Wanken auch zu kontrollieren, habe ich nochmal einen Stahlstab, der die beiden Radseiten verbindet. Das hat natürlich auch einen Komforteinfluss, aber auf der anderen Seite kann ich das Wanken damit kontrollieren. Beim E-Active Body Control habe ich zum einen klar ein Luftfahrwerk, aber zum anderen habe ich radselektiv auch nochmal eine aktive Dämpferregelung. Ich kann das Auto an der einen Seite anheben, dagegen drücken, an der anderen Seite absinken und kann damit virtuell einen Stabilisator schaffen. Ich kann das Nicken und das Wanken damit ausgleichen, ohne dass ich eben nochmal mit mechanischen Komponenten herangehe. Aber ist das Fahrwerk, ist der Komfort jetzt innovativ? Komfort ist erstmal exzellent und ich bin wirklich kaum ein komfortableres Auto gefahren als jetzt die neue S-Klasse. Aber innovativ in der Technik nein, denn da hat der Mercedes GLE schon vorgelegt. Da war ja zum ersten Mal das neue E-Active Body Control drin und das funktioniert da auch wunderbar, so gut, dass ich ein eigenes Video drüber gemacht habe und die S-Klasse ist da eine Weiterentwicklung, aber nicht mega innovativ. Ist das Infotainment-System innovativ? Und bevor ich das jetzt beantworte, schauen wir uns erstmal die Kommunikationsmöglichkeiten, vor allem die Antennen der neuen S-Klasse an. Man muss ja auf verschiedenste Wege kommunizieren, damit überhaupt der ganze Multimedia-Kram funktioniert. Und vorne in der Frontscheibe ist keine Antenne mehr. Früher war da eine drin, die sind jetzt aber an andere Orte gewandert. Und das ist ganz interessant. Hier in den Außenspiegeln steckt ein Wi-Fi-System drin, das brauche ich für K2X-Kommunikation. Also wirklich eine Kommunikation von Auto zu Auto oder Auto zu Infrastruktur oder ähnliches. Wir gehen ein Stück nach hinten und dann fällt sofort auf, hier ist gar kein GPS-Bürzel mehr drauf. So typisch hat man ja früher so ein Bürzel drauf gehabt, da war dann die Telefonantenne drin und GPS-System. Das ist jetzt alles hier in diesem Bereich gewandert. Und das hier ist auch nicht aus Metall, sondern aus Kunststoff. Und dadurch gehen hier die Strahlungen durch. Und der ganze Rundfunk-Kram, der liegt jetzt hier im oberen Bereich der Heckscheibe. Wobei, das ist ja nicht nur eine Antenne. Das sind ja zig Antennen, die auch eine bestimmte Richtwirkung erzeugen. Also das ist da alles drin. Und das sagt alles dafür, dass das Multimedia-System erst richtig funktionieren kann. Und da steckt eben hier die mit Abstand größte Ausbaustufe von Mercedes MBUX drin. Und ob das Ganze jetzt innovativ ist, das gucke ich jetzt nach. Was ist besonders, was ist ganz neu jetzt in der S-Klasse? Also wir haben uns, als wir die S-Klasse konzipiert haben, natürlich überlegt, was können wir dem Kunden im Jahr 2020 bieten. Und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, wir wollen gerade die Anzeigemedien revolutionieren. So haben wir ein Head-Up-Display entwickelt, das einen Abstand hat, wo Sie praktisch eine virtuelle Ansage haben, weit vor dem Fahrzeug. Es wirkt so, als wäre 10 Meter vor dem Fahrzeug die Information dargestellt. Und das beruhigt ein solches Head-Up-Display ungemein. Und zusätzlich sind wir dadurch in der Lage, diese Botschaften, die wir da senden, sehr straßennah zu orientieren und können damit eine virtuelle Realität auf die Straße projizieren. Also ich habe es ja vorhin schon gesehen, als ich vorne mal drin saß und es ist wirklich deutlich weiter auf der Straße als bisher. Bisher habe ich ja Systeme, die eher so drei Meter entfernt sind oder noch weniger zum Teil, Ende der Motorhaube. Genau. Was immer noch einen leichten Akkommodationseffekt erzeugt, sprich ich muss mein Auge auf Fern- und Nahbereich immer scharf stellen, was ja mit zunehmendem Alter schwieriger wird. Und jetzt bei dem muss ich ja gar nichts mehr scharf stellen, da ist die Akkommodation ja komplett weg. Wir sind in der Pfanne. Genau. 10 Meter weg, ob ich jetzt noch ein paar Meter weiter gucke oder nicht, ist natürlich sehr angenehm fürs Auge und auch für die Sicherheit. Was ich aber auch toll finde, ist, dass es so straßennah ist. Und da gibt es ja jetzt noch ein paar Funktionen, die auf der Straße abgebildet werden können. Ich mache mal ein Beispiel, wenn Sie jetzt hier die gestrichelten Linien sehen, also den Mittelstreifen sehen, und ich würde nun unerlaubterweise, also ohne zu blinken, diesen Mittelstreifen überfahren, dann projizieren wir eine rot blinkende Linie auf diese gestrichelte Linie und es warnt den Fahrer, dass er jetzt hier nicht drüber fahren sollte. So, das Zweite, was wir hier natürlich jetzt noch sehen, hier im Fahrzeug, ist unser sogenanntes 3D-Kombi. Ich schaue gerade hier in das Kombi-Instrument hinein und habe das Gefühl, ich kann einen halben Meter in das Instrument hineinschauen. Hier sehen wir die Landkarte der Umgebung hier in Stuttgart mit einer Einzeldarstellung der ganzen Ortschaften hier. Man sieht zum Teil die Gebäude und das gibt einen ganz neuen Eindruck, einen Raumeindruck, wie man praktisch so eine Karte darstellen kann. Ja, und dann das große MBUX. Es ist optisch schon mal sehr ansprechend geworden, das MBUX. Ja, also nochmal kurz zum MBUX. Es war klar, wir wollten ein Touch-Display und es ist klar, dass ein Touch-Display gerade von der Ergonomie her bestimmte Anforderungen hat. Und wenn Sie jetzt mal schauen, wie ich mit meiner Hand diese Fläche abstreiche, dann sehen Sie, wie die Fläche letztendlich entstanden ist. Auf der einen Seite wollen wir natürlich auch ein entsprechendes Design-Feature haben, eine freischwebende Fläche, die auf der anderen Seite natürlich idealerweise zu bedienen ist. Also was mir jetzt auffällt, ist, dass Sie ganz entspannt Ihren Arm auf die Mittelkonsole legen. Ja, ganz wichtig. So, und jetzt legen Sie nochmal drauf und die Hand und dass die Bedienelemente alle im Greifbereich liegen, obwohl ich meinen Arm aufgelegt habe. Absolut. Aus unserer Sicht ein absolutes Muss. Sie brauchen auf der einen Seite Stabilität in Ihrem Arm. Dadurch können Sie gut bedienen und deshalb muss der Ellbogen auflegen. Ja, okay. Auf der anderen Seite wollen Sie nicht weit abgewandt sein von der Blickrichtung, also nicht irgendwie relativ tief, sondern möglichst weit nach oben und da kommt genau diese Fläche raus. Jetzt ist das ja nicht irgendein Display. Da hat man ja in der größten Ausbaustufe sogar ein Organic-Display drin, also OLED, wie man das nennt, aus dem Fernsehbereich kennt man das schon. Es hat länger gedauert, bis es im Auto gelandet ist. Da gibt es auch zum Teil Haltbarkeitsgründe. Ja, also ein OLED-Display muss ja mit sehr viel Helligkeit versorgt werden, also da muss relativ stark hinterleuchtet werden und deswegen müssen spezielle LEDs entwickelt werden, die diese Haltbarkeit auch entsprechend ermöglichen. Ich weiß, dass es früher mal Probleme gab, dass bestimmte Farben länger gehalten haben als andere. Ja, weil unterschiedliche Stärken von Energie notwendig sind, um die gleiche Helligkeit bei unterschiedlichen Farben darzustellen. Aber das Thema haben wir hinter uns gelassen und im Prinzip ist es so, dass dieses OLED, so wie Sie es jetzt hier sehen, in allen Farben die maximale Helligkeit erzeugt. Der Schwarz wäre das toll. Klassisch wie OLED, weil ja, wenn es nicht dynamisch angesteuert ist, ist es eben aus. Dunkel. Ja, und Schwarz. Schwarz. Und das finde ich einen großen Vorteil, auch nochmal in der Ablesbarkeit. Absolut. Dadurch steigt natürlich der Kontrast zu einer entsprechenden Farbe durch das klare, tiefe Schwarz und damit kann man es natürlich auch besser ablesen. Okay. Das heißt, ich kann aber auch nachts im Prinzip den Lichteintrag in das Auto verringern, weil ich ja eben nur meine aktiven Flächen beleuchtet habe. Ja, absolut. Also man kann den Unterschied tatsächlich zwischen LCD und OLED auch erkennen, weil sie einfach, wie Sie sagen, diese Fläche bleibt einfach tiefdunkel. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass immer noch ein paar Tasten da sind. Es sind ja sehr viele Tasten reduziert worden, aber so ein paar wichtige sind noch da. Ich sehe links Lichtschalter. Ich sehe unten die allerwichtigsten Funktionen auch noch als Tasten ausgelegt oder als zumindest Tastenfelder. Also bei Mercedes wollte man da explizit auch keinen radikalen Schritt gehen, sondern hat gesagt, wir brauchen noch ein paar Tasten, die für die direkte Bedienung sehr wichtig sind. Ja, es gibt ja immer wieder Themen, die auf der einen Seite wie ein Warnblingschalter gesetzlich gefordert sind. Auf der anderen Seite gibt es einfach wichtige Funktionen, wo wir sehr schnell rankommen wollen in der ersten Ebene. Deswegen gibt es sogenannte Einsprungtasten und die haben wir direkt auf der ersten Ebene dargestellt. Was haben wir da? Da haben wir zum Beispiel hier die Einstellungstaste, wo Sie alles verstellen können, dann auf der ersten Ebene. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier ein Fingerprint. Wir können ja uns personalisieren in dem Fahrzeug. Wir können uns durch drei Methoden autorisieren. Einmal durch einen Pin, den wir eingeben können, auf der anderen Seite hier mit einem Fingerprint. Und drittens haben wir auch ein Eye-Tracking. Also ein Scannen der Augen und des Gesichtes, damit Sie im Prinzip erkannt werden. Kurz und knapp, ja, das Infotainment-System ist innovativ. Mit dem Head-Up-Display, das jetzt viel weiter vorne auf der Straße liegt, mit der 3D-Darstellung im Instrumententräger oder dem OLED-Display ist Mercedes im Infotainment-Bereich weit vorne. Die Motoren der S-Klasse. Fauen wir mal die Motorhaube auf. Wie sieht es da mit den Innovationen aus? Es gibt rein Sechszylinder Diesel, es gibt rein Sechszylinder Benziner, es gibt einen V8 Benziner und, und das finde ich persönlich sehr schön, es gibt auch einen V12 Motor in der S-Klasse. Und da wurde bei Mercedes wirklich drüber diskutiert, ob man heutzutage vielleicht noch einen V12 Motor, ob das noch zeitgemäß sei. Also wenn ihr mich fragt, natürlich, ein V12 Motor ist mit die Krönung des Motorenbaus. Und bei Mercedes, bei einer S-Klasse gehört das einfach dazu. Ja, und es gibt eben noch einen solchen Motor, 612 PS. Man darf nur gespannt sein, in welchen Varianten er reinkommt. Aber wie sieht es da mit den Innovationen aus? Wir gucken es uns mal an. Ich fange mit dem Diesel an. 3 Liter rein Sechszylinder Turbodiesel. Und der ist ehrlich gesagt am einfachsten, in Anführungsstrichen, aufgebaut. Der hat ein klassisches 12-Volt-Bordnetz-System. Der hat keinen elektrischen Verdichter, der hat kein Multihybrid-System, das ihn unterstützt. Das ist halt ein moderner Dieselmotor, funktioniert gut, hat 210 Kilowatt oder 286 PS. Und jetzt einen kleinen Fun-Fact. 286 PS in der Basisvariante, übrigens schon 600 Newtonmeter. Die stärkste Variante, der ist ja von 1980, der damaligen S-Klasse, der 6,9 Liter, der legendäre 6,9er Hubraum, V8-Motor, Sauger, hatte 286 PS. Und das finde ich schon irgendwie witzig, dass damals die stärkste Variante, von der noch nicht mal 800 Stück verkauft worden sind, so viel Leistung hat, wie inzwischen die Einsteiger, die Basisvariante bei der S-Klasse. Ja, und dann geht es natürlich hoch. Dann kommen wir zum Reihen-Sechszylinder-Benziner. Dann kommt der V8-Motor, der übrigens mit Multihybrid-Unterstützung, genauso wie der Reihen-Sechszylinder, kommt. Das heißt, ich habe ein 48-Volt-Bordnetz-System drin. Und das wirft nochmal 16 Kilowatt, also Pi mal Daumen 20 PS, zusätzlich auf die Kurbelwelle drauf. Wobei das bei einer S-Klasse, die geht es ja nicht mit Schaltgetriebe, die ist ja immer mit dem Automatikgetriebe gekoppelt. Ein sogenannter integrierter Startergenerator ist. Das heißt, da sitzt zwischen dem Motor und dem Getriebe nochmal, ich nenne es immer Kraftschallblätter, der Startergenerator dazwischen. Und der wirft halt nochmal zusätzlich Leistung drauf. Soll zum einen dafür sorgen, dass das Ganze noch effizienter fährt. Was genau für Daten, das werden wir dann sehen. Und eben nochmal 16 Kilowatt zusätzlich. Und zusätzlich ist es eben auch interessant, wie es denn mit der Aufladung aussieht. Jetzt könnte man sagen, ja, sind alle Turbo aufgeladen. Aber so einfach ist es nicht. Ich fange nochmal beim Diesel an. Der Diesel hat keine zusätzliche Aufladung. Der hat erstmal grundsätzlich einen Turbolader. Aber wie es bei einem Turbodiesel sich eben gehört, mit einer variablen Turbinengeometrie. Das heißt, die Turbinenschaufeln können verstellt werden, je nachdem, wie viel Abgasstrom anliegt und in welchem Drehzahlbereich ich bin, um eben ein besseres Ansprechverhalten zu garantieren. Das ist beim Benziner aufgrund der höheren Abgastemperaturen nicht so einfach zu realisieren. Und Mercedes hat sich deshalb nicht beim Benziner, beim reinen Sechszylinder für den VTG entschieden, sondern für den elektrischen Zusatzverdichter. Da sitzt also wirklich ein kleiner Elektromotor drin, der im unteren Drehzahlbereich, wo ich noch nicht viel Abgasstrom habe, der die Turboladerschaufeln antreibt, eben elektrisch noch für Ladedruck sorgt. Und wenn man dann auf den Achtzylinder geht, dann hat der keine variable Turbinengeometrie, der hat auch keinen elektrischen Zusatzverdichter, sondern der arbeitet jetzt mit zwei Turboladern, bi-turbo. Und das ist einfach der Punkt, dass ich, wenn ich mit zwei Turboladern arbeite, für jede, wir gehen mal an dem Motor, obwohl das ein Sauger ist, für jede Zylinderbank beim Achtzylinder einer. Und durch diese zwei Turbolader kann ich halt den Luftstrom aufteilen. Ich brauche keinen einen großen Turbolader, der bei niedrigen Drehzahlen und bei wenig Abgasstrom schlecht anspricht, sondern ich kann mit zwei kleineren arbeiten und die sprechen besser an. Und so sieht man, dass Mercedes für jede Motorenbaureihe, für jede Art, eine eigene, spezielle Aufladung gewählt hat, um eben heutzutage eines zu garantieren, nämlich auf der einen Seite viel Leistung, also viel Luft, die ich in den Zylinder hineinpresse, aber auf der anderen Seite trotzdem ein gutes Ansprechverhalten, auch bei niedrigen Drehzahlen. Ja, und beim großen Zwölfzylinder-Motor habe ich es natürlich auch mit einem Bi-Turbo zu tun, aber der lebt auch aus so einem mächtigen Hubraum und aus seinen beiden Turbos, dass ich mir da großartige Sperenzien auch nicht mehr leisten muss. Der hat schon so oder so genug Kraft. Das Interessante ist natürlich auch, wie viel Kraft diese Motoren entwickeln. Nur der Basis-Diesel, Basis-Diesel klingt da irgendwie auch irgendwie sehr posierlich, denn der hat schon 600 Newtonmeter, liegt unter 700 Newtonmeter und alle anderen Motorenvarianten haben mindestens 700 Newtonmeter, entweder rein verbrennungsmotorisch oder eben Verbrennungsmotor plus Elektromotorunterstützung. Das brauche ich natürlich auch für so ein großes und schweres Auto. Das heißt, wenn die S-Klasse leichter geworden ist, brauche ich Kraft, um sie eben anzuschieben. Und die Kraft teilt sich zum Teil natürlich auch ein bisschen auf. Schauen wir uns zum Beispiel den Plug-in-Hybriden an. Da habe ich auch diesen rein Sechszylinder-Benziner, der selbst 270 kW leistet und dann habe ich nochmal den Elektromotor, der zusätzlich nochmal 105 kW drauf gibt. Also 375 kW, was umgerechnet 510 PS sind und damit entwickelt er fast so viel Leistung wie der V8 Bi-Turbo mit 525 PS. Und wenn ich jetzt auch beim Plug-in über den reinen Sechszylinder gesprochen habe, übrigens nur ganz nebenbei, das soll ja 100 km weit fahren, mit einem Akku, der brutto 28 kWh Energieinhalt hat, dann müssen wir uns auch ein bisschen die Abgasreinigung anschauen, denn das ist heutzutage sehr interessant zu sehen, dass die Abgasreinigung, gerade für die älteren Ingenieure, sehr interessant, unglaublich nah an den Motor herangehängt ist. Es ist nämlich heute sehr wichtig, um auch die Emissionsnormen einzuhalten, dass ich eben sehr, sehr schnell eine Erwärmung des Katalysatortrakts habe und umso wärmer mein Katalysatortrakt ist, desto besser, effizienter kann er Emissionen reduzieren. Und man sieht das auch hier, das ist richtig ein heißer Bereich, wo schon Katalysatorenheiten drin sind. Früher saß das halt relativ motorfern. Ansonsten sieht man ja heutzutage nicht mehr viel von den Motoren. Da ist ja so ein Plastikdeckel drüber. Wenn es nach mir ginge, ich bin da so ein bisschen Motorgümmi, könnte das noch etwas schöner ausgestaltet sein. Deswegen gehen wir noch einmal rüber zum V8-Motor, zu der guten alten Zeit, schauen uns das an und schwelgen in den Zeiten, als man selbst mit dem Schraubenschlüssel und etwas Motorfachwissen da wirklich noch was machen konnte. Wenn da was kaputt war, hast du es gesehen und hast es repariert. Wenn an dem da was kaputt ist, dann kommt erst mal der Laptop dran, OBD und dann fängt erst mal das kurze Rätselraten an. Ist die neue RS-Klasse bei der Effizienz, also bei den Fahrwiderständen oder der Verringerung der Fahrwiderstände innovativ? Das Thema Motoren ist ja erst mal ein eigenes Kapitel. Da muss sie natürlich auch effizient sein. Aber bei den Fahrwiderständen geht es vor allem um zwei Dinge, nämlich Gewicht und Luftwiderstand. Und wir gucken uns erst mal das Gewicht an. S-Klasse ist ein schweres Fahrzeug und gerade der Vorgänger, der 222 war, ein bisschen leichter als der Vorgänger, aber nicht dramatisch. Und bei der neuen? Bei der neuen S-Klasse soll ordentlich was passiert sein. Es gibt keine genauen Werte von Mercedes, aber ich schätze mal, ein Zentner, rund 50 Kilo ist sie leichter geworden. Es gibt mehrere Maßnahmen, die dazu geführt haben. Zum einen ist sie natürlich heutzutage klassisch Mischbauweise. Das heißt, ich habe Stahl, ich habe Aluminium und das Entscheidende bei dieser Mischbauweise ist, dass der Aluminiumanteil, speziell auch an der Rohkarosse, auf 60 Prozent erhöht worden ist. Und dadurch ist das Auto leichter geworden. Aber das ist noch nicht dramatisch. Das erwarte ich eigentlich von der neuen S-Klasse. Wie sieht es beim CW-Wert aus, beim Luftwiderstand? Das ist jetzt sehr beeindruckend. Nämlich der CW-Wert ist offiziell in der optimalen Konfiguration mit 0,22 angegeben. Jetzt kenne ich viele Marken, die auch schon 0,23, 0,24 erreicht haben. Tesla zum Reichblatt viele Modelle mit 0,23. Das ist schon beeindruckend. Aber dann im CW-Wert nochmal einen Sprung nach unten zu machen, ist unglaublich schwer, weil du kannst nicht mehr mit großen Maßnahmen kommen. Du musst im Detail arbeiten. Und das macht Mercedes. Sie haben ja einen riesen Windkanal, wo sie arbeiten. Und wir können uns an dem Auto einfach mal angucken, was hier so passiert ist. Weil so auf den ersten Blick sieht man eben ja 0,22 nicht an. Das sind so die klassischen Maßnahmen. Man hat hier vorne zum Beispiel einen Aircurtain. Das heißt, hier kommt die Luft rein. Dann legt sich hier so ein Luftpolster über die Reifen drüber. Ich habe eine sehr tiefliegende Karosserie. Das Ganze wird natürlich mit dem Luftfahrwerk auch entsprechend angepasst. Das heißt, wenn ich schneller fahre, dann liegt das Ganze auch ein bisschen tiefer. Ich kann mal unter Boden gucken. Der müsste relativ stark verkleidet sein. Ja, an den Seiten. Trotzdem sieht man natürlich, wenn man drunter guckt, auch noch den Abgasstrang. Den kann ich nicht voll verkleiden, weil dann kriege ich nämlich ein Hitzeproblem. Und dann wird es auch schon schwer. Was haben wir denn noch? Wir haben hier die Türgriffe. Feste Türgriffe, die nach außen gestanden haben, wo sich hier halt so ein bisschen Wirbel bilden können. Inzwischen sind die hier ähnlich wie bei, so, jetzt funktioniert es, ähnlich wie bei Tesla zum Beispiel, ein- und ausfahrbar. Ja, und ansonsten ist es schwer zu sagen, weil es ist Feinarbeit heutzutage im Windkanal. Das sind wirklich kleine Strukturen, wo gearbeitet wird, wo optimiert wird, wo noch eine Anströmung verändert, wie die am Schluss dazu führt, dass ein Auto einen besseren CW-Wert hat. Und der CW-Wert von 0,22, der ist für mich definitiv innovativ, weil das ist schwer. Ein paar Kilo weniger, das erwarte ich in der Klasse. Sind die Fahrerassistenzsysteme der neuen S-Klasse innovativ? Das ist eine sehr spannende Frage, denn ich bin vor einigen Jahren schon von Mercedes einen Versuchsträger gefahren, der auf der alten Benz-Strecke, also dort, wo Bertha Benz zum ersten Mal Auto gefahren ist, voll autonom gefahren ist. Natürlich mit viel mehr Assistenz- und Sensorassistenz. Und trotzdem gucken wir uns das mal hier von außen an, was hier alles so drin steckt. Ich habe hier oben eine weiterentwickelte Stereo-Kamera. Ich habe hier nochmal eine einzelne Kamera. Ich habe hier zwei Radarsysteme drin, nämlich einen Short-Range und einen Long-Range-Radar. Das heißt, das ist schon mal eine volle Sensorausstattung, um grundsätzlich viel Fahrerassistenz zu ermöglichen. Aber wie das jetzt im Detail aussieht, das schaue ich mir jetzt an. Jetzt der Fahrerassistenz ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Die DS-Klasse ist ja theoretisch Level 3 fähig. Ja, das wird sie auf jeden Fall noch werten. Im Augenblick fahren wir als Level 2. Also ein Fahrerassistenzpaket, bei dem der Fahrer noch die Verantwortung hat. Und wir haben vor, auch ein Level 3 System einzusetzen. Also es gibt quasi fünf Stufen beim autonomen oder teilautonomen Fahren. Stufe 1 und 2 ist der Fahrer in voller Verantwortung. Er muss auch die Umgebung beobachten. Und ab Stufe 3 ist das Auto für die Umgebungsbeobachtung zuständig. Trotzdem muss bei Level 3 der Fahrer immer noch eingriffsbereit bleiben. Und zwar in einer angemessenen Zeit. Genau. Aber das ist ja gesetzlich noch nicht erlaubt auf deutschen Autobahnen. Gut, die Zertifizierungen laufen gerade in diesen Tagen. Wir arbeiten daran, die Freigabe dafür zu bekommen. und werden das dann zu gegebener Zeit auch kommunizieren. Ja, sieht auch so aus, als würden wir Deutschen vielleicht mit eines der ersten Länder werden. Ja, ich hoffe darauf. Ja. Ich habe ja so ein bisschen, ich sage es ganz ehrlich, ein etwas ambivalentes Gefühl, wenn es ums autonome Fahren geht. Wenn ich morgens zum Beispiel meine Strecke fahre von Düsseldorf in die Eifel nach Mändig, die ich quasi schon fahre wie ein alter Gaul, weil ich sie tausendmal gefahren bin, dann habe ich da keinen Fahrspaß mehr. Ganz ehrlich. Und ein System, das mir da viel von der Fahraufgabe abnimmt, wäre für mich da was Tolles. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein aktiver Fahrer, der ein Auto auch erleben will und der sich vom Auto nicht bevormunden lassen will. Jetzt habe ich noch zwei Themen, die mich sehr interessieren. Zum einen das Lenkrad. Ich weiß, dass mit der E-Klasse Modellpflege ja die kapazitive Erkennung im Lenkrad Einzug gehalten hat. Ich gehe mal davon aus, dass es hier auch drin ist. Ja, das haben wir ja. Das heißt, man muss wirklich das Lenkrad nur noch berühren. Man muss keine Lenkbewegung mehr einprägen, damit das System erkennt, ich bin am Lenkrad. Und viele Felder, die sind jetzt auch auf kapazitive Erkennung, also Bedienfelder, auf kapazitive Erkennung umgestellt worden. Ja, also am Lenkrad sieht es jetzt so aus. Wir haben hier im Kranz des Lenkrades eine kapazitive Matte, die erkennt, die berühren durch die Haut und es reichen kleine Flächen aus, um im Prinzip erkannt zu werden. Sie sehen jetzt hier, hier lege ich jetzt diese drei Finger auf und diese drei Finger werden jetzt erkannt und damit sind wir im entsprechenden Modus und wir können, wie Sie jetzt gerade hier sehen, mit Distronic fahren. Und auf der anderen Seite haben wir sogenannte Slider, das heißt, wir können durch Streichen über diese Felder hier die Sollgeschwindigkeit von Distronic verändern. Hier steigt jetzt die Geschwindigkeit um einzelne Kilometer oder hier können wir mit dem Querslider die Bedienung entsprechend vornehmen, um die unterschiedlichen Inhalte auf dem Kombi-Instrument darzustellen. Wie hier zum Beispiel ein Sport-Tacho oder eine Karte, wie wir jetzt hier haben, in 3D, wie gesagt. Oder aber eine Assistenz-Grafik, damit wir erkennen, wie ich am Fahrzeug folgen will im Augenblick. Okay, dieses Mal sogar mit LKWs und Autos. Jetzt muss ich leider was Gemeines sagen. Hat Tesla ja schon gemacht, aber ist jetzt auch hier drin und ist schön umgesetzt. Was hat die S-Klasse denn fahrerassistenzmäßig noch drauf? Na gut, wir haben eine Längsführung, wir haben eine Querführung. Wir erkennen, wir können Radfahrer erkennen, Fußgänger erkennen, also die Kamera, die wir hier oben sehen, hat es nochmal einen Schritt gemacht. Wir sind natürlich, was das Thema Parken angeht, werden wir einen Schritt weiter gehen, Remote Parking wird gehen. Wir haben da noch mehr vor, da wollen wir aber gerade noch nicht drüber reden. Auch mit mir drüber reden? Das wollen wir zum entsprechenden Zeitpunkt dann schon noch kommunizieren und auch zeigen. Also ich denke, dass gerade das Thema Assistenzsystem, Unterstützung im Niedergeschwindigkeitsbereich einen großen Schritt machen wird und das Thema Reife immer mehr Qualität in Regelungen zu bringen und neue Funktionen werden wir auch jetzt hier wieder in der S-Klasse sein. Ja, ihr habt es gesehen, grundsätzlich entwickelt Mercedes natürlich seine Fahrerassistenzsysteme. Weiter, es gibt so kleine Verbesserungen, die ich klasse finde, zum Beispiel den kapazitiven Sensor im Lenkrad drin, der macht das Leben schon oftmals deutlich leichter, aber der große Sprung, der kommt erst dann, wenn das Auto hier Level 3 kann. Das heißt, wenn es großteils autonom fahren kann und die Umgebung selbst beobachtet und das nicht mehr allein dem Fahrer überlässt. Das ist aber eine Frage der gesetzlichen Regelung. Stand jetzt, ist das eine Evolution, die Innovation, die wird erst kommen. Wie sieht es aus? Ist die neue S-Klasse, W223, so innovativ wie erwartet? Man muss grundsätzlich sagen, dass es heutzutage natürlich schwierig ist, im Autobereich immer noch mehr innovativ zu sein. Gefühlt ist ja alles schon erfunden worden, ein Teil davon von Mercedes und manchmal hat man auch das Gefühl, Dinge werden so ein bisschen auch zum Selbstzweck erfunden. Und bei der S-Klasse kommen ja zwei ganz große Innovationen erst noch. Es wird einen EQS geben, rein elektrisch, 100 Kilowattstunden Akku, der wahrscheinlich 700 Kilometer laut WLTP weit fahren kann und das autonome Fahren, Level 3. Das kommt noch. Und wie sieht das mit der Variante aus? W223? Sie ist evolutionär, innovativ. Es gibt einfach Dinge, die sehr begeisternd sind. Komfort, Lenkverhalten und auch viele Elektronikfähigkeiten sind unerwartet und auch innovativ immer noch in dieser Klasse. Und das macht wirklich Spaß. Aber bei aller Begeisterung für die neue S-Klasse ist es manchmal auch schön, back to the roots, zu so einem alten Auto zu gehen, schöner V8 Sauger, 6,9 Liter, für alle, die sich damit auskennen, sage ich nur, rote Sau, auch sehr, sehr geil, einzusteigen und mal ein bisschen mehr Mechanik und ein bisschen weniger Elektronik zu genießen. Ach, den Schlüssel? Ohne den geht es auch heute nicht. Schön, oder? Gute alte Zeit. Ach ja, wenn es euch gefällt, mache ich es dann doch auch mal ein Video.